Herzlich willkommen zur Vorlesung Wissenschaftliches Arbeiten. Mein Name ist Prof. Dr. Markus Launer. Sie sind sehr wahrscheinlich neu an der Hochschule, erstes Semester und alles ist noch etwas ungewohnt für Sie. Sie werden sehr viele Studienfächer haben in diesem Studium, die Sie auf die Praxis in den Unternehmen vorbereiten. In der Hochschule sind wir aber auf Basis von Forschung und Wissenschaft. Und da kommt das wissenschaftliche Arbeiten ins Spiel und deswegen brauchen Sie diese Kenntnisse. Sie brauchen diese Kenntnisse aber auch in mehreren weiteren Studienfächern als Basis, weil Sie in diesem Studium Hausarbeiten schreiben werden, schriftliche Ausarbeitung, Präsentationen bis hin zur Bachelorarbeit und Kolloquium, wo Sie drei Monate alleine zu Hause sitzen und wissenschaftlich arbeiten müssen. Das wissenschaftliche Arbeiten wird Sie dieses Studium nicht mehr loslassen. Schauen wir uns an, was wir also dieses Semester machen werden. Wir reden also über die Vorlesung Wissenschaftliches Arbeiten. Was wird Sie dieses Semester also erwarten? Ich möchte Ihnen kurz erklären, warum gerade ich diese Vorlesung mache. Was sind meine Kompetenzen und warum kann ich sie da gut begleiten? Wir werden auch über die verschiedenen Lehrkonzepte sprechen, nämlich das Blended Learning, E-Learning und vor allen Dingen über das Flipped Classroom Konzept. Dann müssen wir auch über soziale Aspekte sprechen, denn nicht jeder von Ihnen ist ein High Performer. Es gibt auch Leute, die lernen etwas langsamer, etwas anderes oder haben auch familiär einige Themen, die Sie mit in die Universität bringen. Gerne binde ich Sie in die Forschung mit ein. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte, in die Sie gerne eingebunden werden und brauchen Sie Kontakt zu lokalen Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, was in Uelzen alles möglich ist und mit wem wir zusammenarbeiten. Und sicherlich werden Sie auch dieses Semester oder internationale Professoren bei uns in Suderburg haben. Wir laden zu Forschungsymposien ein, zu International Lectures, Professoren aus Nord-, Südamerika, Europa und auch aus Asien. Dann ganz wichtig für Sie, was sind die Lernziele dieses Semester und wie bringe ich Sie dorthin? Und dann kommt natürlich die ganz entscheidende Frage für Sie, wie kriegen Sie gute Note? Was ist wissenschaftliches Arbeiten? Haus- und Seminararbeiten während des Studiums, Projektarbeiten, später dann die Bachelorarbeit bis hin zum Kolloquium, wo Sie eben dann Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse nochmal präsentieren. Prüfungsform ist das Referat, das heißt, Sie halten einmal eine Präsentation, einen Vortrag im Sinne der Prüfungsordnung. Sie werden mit Ihren Kommilitonen die Ergebnisse diskutieren und dann in einer schriftlichen Ausarbeitung ausarbeiten und einreichen. Liebe Studierende, warum lehre gerade ich wissenschaftliches Arbeiten? Ich habe studiert an der Universität Mannheim, eine sehr wissenschaftsorientierte Universität. Als Doktorarbeit habe ich an der Tallinn University of Technology eine Langzeitstudie gemacht. An der Universität werden methodisch vor allen Dingen ökonometrische Modelle angewendet und meine Doktorarbeit basiert auf dem situativen Ansatz. Was das ist, werden Sie dieses Semester alles noch lernen. Es war ein europäisches PhD-Programm über die Koordination ausländischer Tochtergesellschaften in multinationalen Unternehmen. Lassen Sie mich ganz kurz erklären, was ist ein PhD-Programm überhaupt im Vergleich zum deutschen Doktor. Acht wissenschaftliche Klausuren, fünf Veröffentlichungen, die von einem unabhängigen Peer-Review-Team überprüft werden, wissenschaftliche Kongresse mit eigenen Research-Papers besuchen, Vorlesungen didaktisch ausarbeiten und auch halten und zusammenarbeiten mit den Forschungskollegen im Team. Und bevor Sie zu einer PhD-Verteidigung zugelassen werden, prüft Sie der Dekan nochmal auf Herz und Nieren. Im Übrigen war natürlich die ganze Doktorarbeit im Ausland auf Englisch. Forschungsarbeiten habe ich schon verschiedene gemacht und ich sage Ihnen kurz einen kleinen Überblick, damit Sie sehen, es gibt verschiedene Methoden und die lernen Sie alle kennen. Rein theoretische Arbeiten, die werden Sie dieses Semester und in den nächsten Semestern vor allem erstmal tun. Die anderen Methoden kommen später. Zum Beispiel ein rein theoretischer Ansatz, die Definition für Handels- und Logistikdienstleister steht in der Bibliothek, können Sie sich mal bei Gelegenheit mal anschauen. Andere rein theoretische Arbeiten, vor allen Dingen über meinen Hintergrund, ich war 20 Jahre im Investor Relations, Bond Relations und Equity Sales Briefings oder dann eben mit Kollegen aus dem Kapitalmarkt, mit Hasler und Wilhelm ein Buch über Debt Relations. Theoretische Arbeiten. Aber eben auch Netzwerktheorie zum Beispiel mit Dr. Jochen Heubüschel über International Corporate Governance. Neueste Methoden sind eigentlich mehr die quantitativen Studien mit Statistik. Hier haben wir auch eine eigene Schriftenreihe, wo wir verschiedene Vorlesungen auch veröffentlichen und auch in Sudaburger Arbeitspapieren. Zum Beispiel haben wir gemacht operative Compliance. Wir haben einige Bachelorarbeiten von Ihnen auch veröffentlicht. Die waren so gut, die konnte man wirklich veröffentlichen. Schauen Sie mal in die Bibliothek. Wir haben dort Forschungssymposien, International Lectures und mehrere Veröffentlichungen zu E-Learning sind gerade im Druck. Neuerdings machen wir auch Forschung für die Europäische Union und das Land Niedersachsen. Und da haben wir das einmal das digitale Vertrauen und Teamwork und die intuitive Entscheidungsfindung. Und vom sozialwissenschaftlichen, qualitativen Ansatz her haben wir eben auch im Bereich E-Learning jetzt mehrere Studien gemacht, auch zum Beispiel mit 16 Kultusministerien in Deutschland. Gerade das Thema Intuition ist so spannend, weil wir hier mit Online-Video-Fragebogen arbeiten möchten, also Gamification. Auch das ist Teil des wissenschaftlichen Arbeitens. Bis hin zur Gehirnwellenmessung mit EEG. Das sind diese Techniken, wo Sie diese Badekappen auf den Kopf bekommen mit diesen Kabeln und dann die Gehirnwellen der Menschen messen. Wir haben aber auch Forschungsarbeiten mit Studierenden gemacht und manche waren so gut, wir haben sie veröffentlicht. Schauen Sie auf Amazon. Jahrbuch fürs E-Business im Wintersemester 2012 und 2013. Das waren die ersten Studierenden an dieser Hochschule. Gesammelte Werke der Forschungsarbeiten. Ganz hervorragende Arbeiten von wirklich cleveren Studierenden. Was ist das Vorlesungskonzept, das Sie dieses Semester erwartet? Alle Vorlesungen sind mit Blended- und E-Learning-Konzepten unterlegt. Wir haben moderne didaktische Konzepte, die speziell für Sie ausgearbeitet wurden. Live-Chats, Video-Tutorials, Podcasts, Flip-Classroom-Konzepte. Das heißt, Sie sollten sich die Videos, die Podcasts vorher anschauen, bevor Sie in die Vorlesung kommen, damit wir in der Vorlesung auf Augenhöhe miteinander reden können. Elektronische Übungsaufgaben und Prüfungssimulationen werden wir hier machen, bis hin zu ersten elektronischen individuellen Lernpfaden. Das heißt, wir werden schauen, wo sind Ihre Stärken und Schwächen. Online-Chats und Gruppenarbeiten im Internet. Sie können also von überall aus an Vorlesungen und an Übungen teilnehmen. Wenn Sie wollen, machen wir auch ein Quiz oder Gamification. Wir haben auch schon Präsentationswettbewerbe gemacht und der erste Preis war ein iPad von der Firma Intersoft Consulting Services in Hamburg. Unsere Plattform dafür ist Moodle und alle notwendigen Bücher finden Sie als E-Book auf der Plattform. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch einen Überblick geben, was Sie dieses Semester erwartet. Schauen wir doch mal hinein. Wir haben hier also den Überblick und da haben wir also einmal die Einführung und die Wissenschaftstheorie. Mag ein bisschen dröge sein, müssen wir aber durch. Die Lerntechniken und das Zeitmanagement, meine Damen und Herren, ganz wichtig, damit Sie auch zum Zeitpunkt der Abgabe fertig sind. Die Vorbereitungen und Vorsicht, meine Damen und Herren, nicht falsch beginnen. In den ersten zwei, drei Tagen machen die Studierenden schon die größten Fehler, die sie später kaum noch bereinigen können. Literaturrecherche und Verwaltung etwas dröge, da müssen wir aber sehr sauber arbeiten, damit später jede Fußnote am richtigen Platz sitzt. Und was ist eigentlich Ihre Eigenleistung? Was leisten Sie? Was ist Ihre Eigenarbeit, wenn wir doch alles zitieren? Wir müssen dann durch die Formalia durch, Stil, akademische Sprache. Es ist ein gewisser Duktus, wie man das eben schreibt und macht. Sehr wichtig, Struktur und Inhalt. Später muss alles an der richtigen Stelle sitzen. Wissenschaftlich richtig. Wir müssen uns über die formale Gestaltung unterhalten. Ich spreche gerne von der Harmonie einer Hausarbeit. Das muss sauber aussehen, das muss sich sauber lesen können und es dürfen keine Fehler drin sein. Meine Damen und Herren, hier ist Null-Fehler-Toleranz. Perfekt. Abgeben bitte. Wissenschaftliche Argumentation im Hauptteil. Wie wird diskutiert? Dann das Literaturverzeichnis. Auch hier Perfektion. Sie müssen alles richtig auflisten. Anhang und Verzeichnisse erstellen. Und zum Schluss gehen wir über die Bewertung durch. Dann gebe ich Ihnen Tipps und Tricks. Wo schaut ein Dozent, ein Professor hin, damit Sie wissen, wo Sie aufpassen müssen, damit Sie die gute Note schreiben. Ich habe darüber zwei Bücher geschrieben. Das eine ist also Haus- und Seminararbeit. Das ist die Einführung, die wir dieses Semester jetzt machen. Wenn Sie später Lust haben, steht in der Bibliothek auch Seminar- und Bachelorarbeit etwas höheres Niveau. Und für Masterarbeiten ist es jetzt auch in Arbeit. Viele Konzepte, die Sie in den Büchern lesen werden, bauen darauf auf, dass ein Wissenschaftler einen wissenschaftlichen Text schreibt. Er beginnt aber schon mit einem gewissen Wissen, auf einem gewissen Stand, arbeitet sich dann in das Thema ein und kommt dann auf einen noch höheren Stand. Viele Lerntechniken, Arbeitstechniken sind auf diesem Niveau aufgebaut. Liebe Studierende, Sie sind aber jetzt im ersten Semester und auch im zweiten, dritten, vierten Semester werden Sie noch nicht diese Professionalität haben, die ein Wissenschaftler, der ein Doktorstudium macht, eben hat. Deswegen müssen wir anders vorgehen. Sie arbeiten, Sie starten ja hier am Nullpunkt. Sie werden sich Stück für Stück in das Thema hineinarbeiten. Und hier gibt es also sieben bis acht Stufen, die ich Ihnen gerne beibringe, wie Sie auf das gleiche Niveau kommen. Wir müssen aber andere Stufen zwischen Reihen berücksichtigen. Ich habe dazu ein Konzept selber entwickelt, mit vielen Studierenden über viele Jahre getestet, haben eine eigene Technik, die gehen wir nochmal durch. So können Sie also schnell auch eine gute Bachelorarbeit schreiben, Kolloquium, Haus- oder Seminararbeit. Und dann, ich nenne es eben gerne immer die Tricks. Ich bringe Ihnen einige Tricks bei, die eigentlich bei allen Professoren, allen Dozenten funktionieren müssten. Ich nenne es immer Tricks, es sind wissenschaftliche Techniken, die Profis anwenden. Aber warum sollten Sie das nicht auch tun? Holen Sie doch eine gute Note ab, zum Beispiel bei den Definitionen. Machen Sie doch verschiedene Merkmale, welche Definition passt denn zu Ihrer Arbeit. Vergleichen Sie doch einfach vier miteinander, analysieren es, macht immer einen guten Eindruck. Vor allen Dingen lernen Sie viel dabei. Das ist nämlich mein Trick. Sie müssen auch lernen, zu argumentieren. Im Hauptteil vor allen Dingen. Also was ist eine Reihung? Wie kann ich also argumentieren in einer Reihe? Oder eine Folgerung? Wie leite ich Schlussfolgerungen ab? Leute, euch erwartet ein echt cooles Semester und wir werden viel Spaß haben. Aber auch in höheren Semestern werden wir nochmal zusammenarbeiten. So zum Beispiel im Controlling, in der Finanzierung, vielleicht in der Online-BWL, im Unternehmensplanspiel oder aber auch internationales, interkulturelles Management. Und wie gesagt, dieses Semester machen wir zusammen wissenschaftliches Arbeiten. Und ich sage Ihnen, Sie können alle eine gute Note erhalten.